Hallo und herzlich willkommen zur Nigel Hagelau ist eine Filmkritik hier bei einem Tele-Stammtisch. Und genau genommen ist es wieder eine ganz besondere Filmkritik, nämlich eine Kuschelfilmkritik. Denn hier sitzt neben mir jemand, der sich gerade über meinen Puschel lustig gemacht hat. Hi Schatz. Hallo. Wir haben zusammen einen Film gesehen, ne? Wie ist der denn? Ava. Ava. Ava ist ein Film, der wurde uns zur Verfügung gestellt, den durften wir also wirklich deutlich vorab schon sehen. Kommt nämlich jetzt im September in die Kinos, genau genommen am 27. September in die deutschen Kinos. Er geht eine Stunde 45, ist vermutlich ohne Altersfreigabe, oder? Ob zwölf vielleicht? Man sieht mal ein paar Brustwarzen aufblitzen. Ja, von Lack 10. Und ein französisches Drama mit starken Romantikeinflüssen. Was war denn so, wir haben uns jetzt erst den Trailer eingeguckt, bevor wir gleich auf den Inhalten mal kurz zu sprechen kommen. Wir haben uns ja den Trailer angeschaut. Und was war denn so dein Eindruck, was sich bei Ava erwarten würde? Also es geht um ein Mädchen, die ist 13, die Ava. Und die verliert anscheinend Stück für Stück ihr Augenlicht. Und da wurde eigentlich im Trailer gezeigt, dass da sehr großes Augenmerk drauf ist. Und dann lernt sie einen jungen Mann, der ist ungefähr 18, den Juan. Und fängt mit dem irgendwas an, also man weiß nicht genau was. Und es geht noch um ihre Mutter und ihre, also sie hat eine kleine Schwester, aber viel mehr wird auch nicht verraten. Das erste, was mir im Kopf kam, als ich den Trailer gesehen habe, war so C'est La Vie. Also typisch französischer Film, Liebe das Leben, Liebe das Leben, was auch immer passiert. Alles ist cool, ein bisschen lustiger, fluffiger Film. Da wird auch besonderer Wert gelegt. Das sieht man auch auf dem Poster, da gibt es so eine Szene, wo sie offensichtlich geschminkt ist. Und wie so eine, ja irgendwie ein Alien oder Eingeborene oder was auch immer mit so einer Waffe da unterwegs ist. Da dachte ich mir schon so, oh interessant, mal gucken, was das für ein experimenteller Kunstfilm ist. Aber gut, das war dann erstmal nicht so. Also es ist genauso, wie du sagst, dass der Trailer eben zeigt, dass diese A war. Gespielt von einer Noé Abita, kannte ich nicht, eine junge Frau. Ist eben hier die Protagonistin, die machen Urlaub an der Atlantikküste, sind Französin. Und der, ja, kommt übrigens vom Regisseur oder Regisseurin Lea Mycius. Kannte ich jetzt persönlich auch noch nicht, aber mit den Franzosen habe ich es eben noch nicht so. Also es ist eben ein ganz besonderer Schlagmensch da. Auch die Filme, die französischen, da habe ich jetzt noch nicht so den Zugang gefunden. Ich weiß nicht, ziemlich beste Freunde sind der Filme, die dir ganz gut gefallen haben. Wir haben gestern anderen französischen Filmen gesehen. Der Vater meiner besten Freundin. Wenn du so aus dem Bauch raus, französische Filme, ist das eine Sache, die du geil findest? Also ich fand den Blau ist eine warme Farbe sehr toll. Das war auch eine Zeit lang mein Lieblingsfilm. Von daher, also ist jetzt auch noch nicht so lange, aber ein bisschen Zugang Stück für Stück finde ich den schon, ja. Und auch hier ist es so, das geht eben um die Liebe ein Stück weit. Sie lernt eben diesen Typen kennen in ihrem verlängerten Urlaub. Zu Beginn des Films wird eben klar, wie du auch schon meintest, dass sie anscheinend ihr Augenlicht verliert. Und zumindest ist sie jetzt in so einer Zwischenphase, wo gerade nachts hat sie Probleme zu sehen. Das heißt, wenn es dunkel geworden ist, dann sieht sie eigentlich gar nichts mehr. Sie ist komplett blind. Ja, und wir erleben halt so ein bisschen, wie sie Streit mit ihrer Mutter hat. Wie sie versucht, selbst damit klarzukommen, dass sie eben jetzt ihr Augenlicht verliert. Und sich eben auch Stück für Stück diesem Horn da annähert. Und der lebt am Strand in einer Ruine und erlebt dem dann noch zusammen Abenteuer. Ich will jetzt vielleicht gar nicht verraten, was sie noch zusammen erleben. Aber er ist so ein bisschen halt so ein aufmüpfiger, so ein bisschen gesetzloser, ja, so ein Weltenbummler, der halt am Strand lebt und sich irgendwie durchmuggelt. Und dazu muss er eben auch das ein oder andere Mal das Gesetz brechen. Kommt zum Beispiel auch mit der berittenen Polizei da in Kontakt, die da ihnen dann wegscheucht. Er legt sich mit Leuten an. Wir sehen schon auf dem Poster, dass es da wohl offensichtlich ein Gewehr gibt, dass da auch eine... Aber ich würde nicht sagen, dass er ein gesetzloser ist. Also es geht um seine Ex-Freundin, wo er da Probleme mit Leuten kriegt. Aber das hat ja nichts mit Gesetzlosigkeit zu tun. Ob er die Waffe legal hatte? Das weiß ich natürlich nicht. Ich auch nicht. Ist es nur so ein bisschen, vielleicht um auch mal den Eindruck davon zu vermitteln, was mein Eindruck von der Figur war. Ja, und so richtig viel Story zu spoilern ist irgendwie auch relativ, weil es ist mehr so, wie so... Also wenn wir einen Ausschnitt sehen würden aus ihrem Urlaub und den Abenteuern, die sie da erlebt. Hattest du den Eindruck, es gibt eine größere Gesamthandlung? Nee, nicht. Also ich weiß nicht, was meinst du jetzt mit der größeren Gesamthandlung? Also es gibt eine Handlung, ja. Oder? Naja, es wird nicht viel tiefgründiger darauf eingegangen, wie sie sich wirklich fühlt mit ihrer Blindheit. Also, oder ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch schwierig, aber ich hätte zum Beispiel erwartet, dass man mal durch ihre Augen schaut, sozusagen, was sie gerade sieht. Also man sieht, sie zeichnet auf so einer Zeitung immer den Ausschnitt ein, den sie sieht und der wird halt immer kleiner, wenn ich das richtig sehe. Und das ist okay, daran versteht man, okay, jetzt geht es ihr immer schlechter, aber also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es ihr immer schlechter geht, weil sie trotzdem gerade ausläuft, sozusagen, oder jetzt nicht vor irgendwelche Wände, gut, einmal läuft sie vor ein Stoppschnitt, aber man hat nicht das Gefühl, dass sie sehr eingeschränkt ist durch diese Blindheit. Die Beziehung zur Mutter ist ja auch gespalten, sie ist eben mit ihrer Mutter im Urlaub, den Vater gibt es, glaube ich, nicht mehr, auf jeden Fall nicht im Film, wird nicht großartig thematisiert. Und sie hat noch eine kleine Schwester, glaube ich, im Babyalter, auf die sie auch mal kurz aufpassen muss, zum Beispiel. Und ja, schon, also das ist eben eine alleinerziehende Mutter, die da versucht, ihr Bestes zu geben, aber natürlich ist es mit so einer 13-Jährigen auch nicht immer so einfach. Vielleicht wollen wir einfach gleich schon mal direkt auf die Bewertung kommen, wie es uns so gefallen hat, was unser Eindruck ist. So aus dem Bauch raus, wie hat dir denn der Film gefallen, wie viele Punkte würdest du denn vergeben, wenn 5 das Maximum ist und 0 das wenigste? Also ich muss sagen, ich fand ihn eigentlich ganz gut am Anfang, aber mit zunehmender Länge hat er auch Länge bekommen und ich fand auch, teilweise hat man so ein komisches Gefühl, weil man einfach nicht so richtig versteht, okay, was bringt das jetzt, also warum wird das gezeigt oder, also zum Beispiel gibt es auch eine Szene, wo sie halt auf ihre Schwester aufpassen soll und sie geht einfach nach draußen, setzt die Schwester in den Laufstall und lässt sie einfach 2 Stunden alleine und malt irgendwas. Und das ist dann schon irgendwie, wo man sich so denkt, hä, okay. Also sie ist schon nicht nur ein netter Mensch und es wird auch immer wieder thematisiert, dass sie ziemlich bösartig ist, aber vielleicht sind auch 13-Jährige so, das weiß ich nicht. Man findet sie teilweise schon sympathisch und kann sie verstehen, aber es gibt auch viele Aspekte ihrer Persönlichkeit, wo man sich einfach denkt, es ist schon ganz schön gemein, was sie da macht und wie sie tickt und ja, also ich würde dem Film vielleicht 3 oder 3,5 Sterne geben. Also es ist schon so ein bisschen künstlerisch angehaucht, also es gibt zum Beispiel einen Hund, der auch eine große Rolle spielt und der ist zum Beispiel am Strand, also da wird dann quasi gefilmt, wo der Hund überall langläuft, also es gibt auch schon, es ist schon nett gemacht, aber es gibt auch viele Sachen, die man hätte weglassen können oder wo ich wahrscheinlich einfach nicht verstanden habe, warum das jetzt gezeigt wird oder warum das gemacht wird, zum Beispiel dieses mit dem Gewehr rumfuchteln, das fand ich jetzt keine unbedingt Schlüsselszene, ja, aber insgesamt vielleicht 3 oder 3,5. Dann gab es ja auch eine Szene, da ist dir die Musik aufgefallen, das weiß ich noch genau, wir haben die gesehen, die beiden laufen gerade, die beiden Protagonisten, so Juan und sie, aber wir laufen gerade aus auf einer längeren Straße und plötzlich setzt du eine Musik ein, die dir bekannt vorkam und hörst dir auch im Trailer. Woher kanntest du die denn? Das ist von Maroon 5, Wipe Your Eyes, der Anfang, aber ich schätze eher, dass die Musik vor Maroon 5 existierte und Maroon 5 das gecovert hat. Genau, also es könnte einem bekannt vorkommen, wenn man Maroon 5 kennt. Ich fand den Film auch in Ordnung, also ich meine, hellauf begeistert ist einfach was anderes, weil ich mich generell immer ein bisschen schwer tue mit so Filmen, die irgendwas erzählen und nicht irgendwie, ich kann so keinen richtigen Fortschritt in diesem Film erkennen. Wie du schon sagtest, es spielte dann, obwohl der Trailer einen anderen Eindruck gemacht hat, eine überraschend geringe Rolle, dass sie ihr Augenlicht zu verlieren scheint. Das fand ich ein bisschen blöd. Generell muss man sagen, wir haben die französische Fassung mit deutschen Untertiteln gesehen, das heißt, man muss sich natürlich auch vermehrt, weil ich persönlich spreche im Gegensatz zu dir kein Wort Französisch. Das fand ich aber ganz schön eigentlich, das fand ich ganz angenehm, weil ein paar Sachen mal wieder hochkommen. Also zum Beispiel Bonchance oder so oder Tume, Monk oder ähnliche Sachen. Also ich glaube, ich entscheide mich doch für dreieinhalb Punkte, weil ich es eigentlich ganz angenehm fand. Also man konnte sich schon anschauen. Da bin ich gespannt, wie er in deutschen Kinos kommt, ob er dann Synchronisation bekommt oder eben auch mit Untertiteln laufen wird. Ich persönlich fand es ein bisschen anstrengend. Da finde ich es nun doch einfacher, englischen oder deutschen Zaun zu lauschen, da kriege ich einfach mehr mit. Wobei man das jetzt schon gut lesen konnte. Es ist nicht so, dass man hier mit Text erschlagen wird. Also das ist echt machbar. Man kann die komplette Handlung mitnehmen, die so ein bisschen vor sich hin plätschert. Es gibt jetzt aus meiner Sicht keinen krass, also keinen Höhepunkt. Und immer mal, wenn es irgendwas von einem dramatischen Moment hat, löst der sich meines Erachtens auch relativ schnell wieder auf. Ja, ich weiß nicht, wen kann ich dem Film empfehlen? Wer so generell auf französische Filme steht, wer so auf Comics, sagen wir Slice of Life. Ein bisschen auch auf Coming of Age, wenn sie sich 13 rebelliert gegenüber ihrer Mutter, das ist halt eben auch ein Stück weit Coming of Age. Und ja, wer eine attraktive junge Schauspielerin sehen will, der kann natürlich auch mal einen Blick riskieren. Und auch er, man sieht überraschend viel Haut. Also auch von ihm ist das volle Gemächt, auch mal in der Kamera zu sehen. Das sollte man vielleicht vorher wissen, wenn man sich den Film anschaut. Aber hey, die Franzosen, so sind sie halt, ne? Jo. Das Land des aktuellen Fußball-Weltmeisters hat also einen Film gebracht, dem ich jetzt, naja, irgendwie auch drei Sterne geben wollen würde. Das ist, denn es ist also eine gute Tendenz. Ihr da draußen könnt ihn euch angucken, wenn euch das irgendwie interessant vorkommt, und ihr da so ein bisschen Bock drauf habt, wenn ihr vielleicht Lust habt, mal neue französische Schauspieler kennenzulernen, die noch nicht so viel gemacht haben. Oder, ja, ihr einfach mal ein bisschen die schöne Atlantiküste Frankreich sehen wollt. Ladies and Gentlemen, vielen Dank für eure Zeit. Auch dir, Schatz, vielen Dank, dass du dich mit mir heute nochmal hingesetzt hast. Sehr gerne. Ja, die Landschaft fand ich auch nicht schlecht, David. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.